Herzlich Willkommen Leute, hier ist euer Sebastian von den Gamernevers mit einer weiteren Folge Blobs 3 Multiplayer und zwar wieder mal ein Live Commentary tatsächlich. Ich bin mit der Vivel unterwegs und der Klasse Nomad und wir spielen gerade auf der schönen Karte Combine. Ach, von zwei Seiten, keine Chance. Oh, er mit der Pumpe dahinter und trifft nicht. Oh, wie schnell schaffe ich es jetzt da rüber? Ah, er hat gewartet, er hat gewartet, er hat meine Schüsse gesehen. Mein Team Kammerhard rennt auch noch wie ein Vollblinder da mit rein. Sehr intelligent übrigens gemacht. Zu viel auf einen Haufen, das gefällt mir nicht. Spawns werden bestimmt gerade geswitcht. Ah, mein Aim suckt natürlich beim scheiß Jumpen. Ah, es suckt gerade echt. Und es ist natürlich nicht zu vergessen, Double XP, XP, XP. Und ich bin mit der Vivel ins Prestige gegangen, weswegen ich jetzt gerade ohne alle spiele. So, weggeholt. Ich wusste, der Honk ist da noch irgendwo. Oh, der war nice. Okay, ich sollte aber mal die Position jetzt langsam wechseln. Ah, mein Aim. Mein Aim an dieser Scheißwand, na Leute. Suckt so hart gerade. Ich kriege hier gerade nichts gebacken. Ja, von wo auch immer. Ach, alles klar. Sitzen hier wieder an 10 Millionen Seiten, die Typen. Ja, und da guckt er mich ab. Alles klar. Spawnswitch. Verbündete Drohne nähert sich. Ja. Verbündete Vorräte nähern sich. Für einen läuft sie wohl im Gegenteil. Und in unserem Team für mich aber gerade gar nicht. Alter, ich bin letzter. 3, 6. So, die Jungs hier mal weggeholt. So, die Jungs hier mal weggeholt. Ich bin mal rumgerannt hier. 3, 6. So, wie vernichtet. Vorräte in Bereitschaft. Firebreak neutralisiert. Vorräte erw minutes. Befehle. Vorräte in Bereitschaft. Drohne, die haben eine Drohne, die muss runter. So Leute, ich musste mich gerade wieder ein bisschen konzentrieren hier. Wow! What the actually fuck? So, und da jetzt den haben wir. Oh, so schnell holt man auf Leute, ich muss nur einmal ganz kurz die Fresse halten, dann geht's ja auch schon wieder gar nicht viel mehr ab. Ah, eine Drohne. Ich hab den Typen schon geblendet. Aber okay. Oh, da ist noch einer in meinem... Ah, Wenz ist noch weggeholt, Leute. Final Kill 17-6 geht auf jeden Fall noch klar. Am Anfang ging's zwar echt schwach, aber am Ende da hab ich echt noch was rausgeholt hier. Mit dir würde ich nicht tauschen wollen. Oh, er hat da fast uns doch gekriegt, ey. Und unser Kollege sieht's natürlich nicht, obwohl es auf dem Radar zu sehen ist, ey. Oh, und da sieht man meine schöne Shiva mit der Zombie-Rot-Tarnung für 1000 Zombie-Gills. Na ja, Leute, das war's jetzt auch wieder mit der Folge Black Ops 3 Multiplayer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schaut dann auch wieder nächstes Mal ein bei mir und Sebastian von den Gamer Neighbors. Haut rein, Leute.